ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem youtube-kanal bei der ams firmengruppe zu meinem video das wir am 20 10 2024 hochladen ich persönlich finde es immer sehr interessant wie und aus welchen motiven heraus kaufentscheidungen getroffen werden oder auch nicht getroffen werden dabei ist bekannt dass wir längst nicht immer nur aus rationalen gründen entscheiden sondern sehr oft teilweise auch unterbewusst aus irrationalen emotionalen gründen bei kleineren käufen kann man über sich selbst schmunzeln wenn man das im nachhinein realisiert bei größeren kaufentscheidungen und dazu zählen zum beispiel immobilienkäufe können emotionale käufe sehr teuer werden und zu dem thema habe ich schon vor ungefähr eineinhalb jahren ein video gemacht was aber sehr wenig aufrufe hatte nur knapp 500 was ich nicht so wirklich verstehen kann ich habe mir das video auf meiner letzten autofahrt noch mal kritisch angehört finde es aber immer noch gut gerade auch weil ich immer wieder im video zur praktischen anwendung auf den immobilienbereich komme wenn man sich das video komplett anhört wenn du die vier in diesem video erklärten psychologischen fallen kennst kannst du erfolgreicher immobilien kaufen und verkaufen deshalb lohnt es sich den beitrag wirklich bis zum ende anzuschauen und dann schreibt mir gerne in die kommentare ob dich das thema interessiert hat oder nicht dann kann ich zukünftige themen besser einschätzen also viel spaß mit dem beitrag in den modellen der finanzwissenschaft wird unterstellt dass menschen rein rational und entscheiden der sogenannte homo ökonomikus ist jedoch in der realität eine illusion weil wir als menschen uns bei wirtschaftlichen entscheidungen oft nicht rational sondern emotional verhalten jeder kennt das zum beispiel das phänomen dass wir uns im urlaub dinge zu preisen kaufen die wir zu hause gar nicht kaufen würden oder zumindest nicht zu dem preis erstaunlich ist auch dass vielen menschen nachhaltigkeit sehr wichtig ist sie aber nicht dementsprechend einkaufen verbraucher kaufen lieber einen joghurt der zu 80 prozent fettfrei ist als einen der 20 prozent fettgehalt hat das sind also identische informationen nur anders präsentiert soweit mal die kurzen beispiele und diese menschlichen irrationalen entscheidungen die wir ständig bewusst oder unbewusst treffen werden in der sogenannten verhaltensökonomie untersucht oft anhand von studien unter anderem mit dem ziel die gründe und folgen unserer entscheidungen besser einschätzen zu können und zu prüfen ob diese irrationalen entscheidungen positivere oder negativere ergebnisse bringen das ergebnis soll letztlich sein dann zu bewussteren und besseren entscheidungen zu kommen ganz häufig werden die erkenntnisse und die fehler die uns bei anlageentscheidungen unterlaufen in veröffentlichungen auf den wertpapierbereich vor allem auf die aktienanlage angewendet meiner meinung nach lassen sich diese aber zum teil auch auf immobilienanlagen übertragen ich habe mal einige der bekannteren phänomene herausgesucht und bin der frage nachgegangen wie diese auf anlageentscheidungen bei immobilien anwendbar sind sehr spannend für jeden der in immobilien investiert oder es vorhat also es lohnt sich dran zu bleiben fangen wir mal mit dem herdenverhalten oder herdentrieb an der begriff sagt sicherlich einigen etwas anleger neigen dazu so zu investieren wie sie es bei anderen beobachten oder in den medien hören oder lesen ohne sich selbst gründlich mit der materie auseinanderzusetzen sie kopieren also die handlungen und investitionen anderer marktteilnehmer was dann zu dem massenpsychologischen phänomen des herdenverhaltens führen kann das wiederum als ursache für schwankungen und überbewertungen an kapitalmärkten gesehen wird und im extremen fall zu blasenbildungen und deren platzen führt ein beispiel dafür war die dotcom blase im jahr 2000 die dann eben auch geplatzt ist oder die zockereien mit sogenannten miem aktien wie peloton oder amc und co die anleger auf internetforen wie reddit organisierten auch bei kryptowährungen lässt sich das beobachten für dieses teilweise irrationale verhalten werden in der forschung verschiedene mögliche ursachen genannt eine davon ist dass man sich in der masserville geborgen erfüllt und sich bei eventuellen verlusten und schlechten entscheidungen damit trösten kann dass man mit vielen anderen in einem boot sitzt denen es genauso geht eine weitere erklärung ist die angst etwas zu verpassen auch als fear of missing out kurz fomo bekannt anleger investieren blind werte oder sektoren die schon stark gelaufen sind aus angst davor nicht dabei zu sein und das große geld zu verpassen sie investieren damit gerade nicht wenn es unpopulär und günstig ist also nicht antizyklisch sondern mit der masse und dieses zyklische verhalten lässt sich tatsächlich im moment auch bei immobilien beobachten in zeiten niedriger zinsen sind in den letzten jahren immer mehr leute auf den zug aufgesprungen und haben immobilien gekauft was die preise in teilweise unrealistische höhlen getrieben hat alle haben sich gewünscht dass die preise mal wieder zurückgehen profi anleger haben die übertreibungen übrigens nicht mitgemacht und kaum gekauft so wie wir auch jetzt haben wir die situation der gestiegenen zinsen wodurch zwar keine blase geplatzt ist die preise sind stabil aber die preis übertreibungen nachgelassen haben und objekte durchaus zu realistischen preisen zu bekommen sind die privaten investoren folgen größtenteils der herde und warten ab während die profis land auf land ab nur ihre chance sehen und wieder kaufen so wie wir auch und wie unsere mandanten ebenfalls und dieses antizyklische rationalere verhalten das zugegeben etwas überwindung kostet sorgt dann nach einigen jahren für wesentlich bessere ergebnisse bei investitionen und anlagen als wenn du einfach der herde folgst thematisch passt ein phänomen dazu dass als rezenz effekt auf englisch recently bezeichnet wird dabei werden ereignisse die in der jüngeren vergangenheit liegen und erst vor kurzem erlebt wurden stärker bewertet als solche die bereits vor längerer zeit eingetreten sind die stärkere erinnerung an jüngere marktereignisse kann investoren zu der irrationalen annahme verleiten dass sich ein ähnliches ereignis am markt mit größerer wahrscheinlichkeit wiederholen wird als dies objektiv nachvollziehbar ist bei aktien kann das zur folge haben dass von anlegern verstärkt titel gekauft werden die in der jüngeren vergangenheit gut performt haben auch wenn diese aktien dadurch unter umständen schon überbewertet sind die anwendung auf immobilien oder zu immobilien sehe ich beispielsweise darin dass die sehr niedrigen zinsen der jüngeren vergangenheit von investoren stärker beachtet werden als die durchschnittlichen zinssätze der letzten 15 bis 20 jahre oder sogar 30 jahre weil die zinsen für baufinanzierungen jetzt viel höher sind als noch vor anderthalb jahren nehmen viele privatinvestoren abstand von immobilien und warten ab warten darauf dass die zinsen wieder auf zwei prozent oder darunter sinken weil sie diesem szenario eine größere wahrscheinlichkeit zuordnen als dies rational begründbar wäre bei betrachtung der längeren vergangenheit würden sie feststellen dass die zinsen der letzten jahre außergewöhnlich niedrig waren und die zinssätze in längerfristigen durchschnitten durchaus eher zwischen vier und fünf prozent liegen als zwischen ein und zwei prozent warum also sollte der zins jetzt so schnell wieder zurückkommen nur weil das vor anderthalb jahren so war muss es nicht wieder so kommen bei verkäufern von immobilien ist zu beobachten dass diese immer noch die faktoren und preise der jüngeren vergangenheit im kopf haben und dementsprechend hohe kaufpreise aufrufen statt die längerfristigen realistischen bewertungsansätze zugrunde zu legen das ändert sich gerade erst bei einigen eigentümern in kleinen schritten bei anderen noch gar nicht auch auf standorte ist das anwendbar nur weil sich ein standort in den letzten jahren gut entwickelt hat heißt das nicht automatisch dass das so weitergehen muss apropos richtige kaufpreisfindung zwischen käufer und verkäufer dazu passt der sogenannte besitztumseffekt auf englisch endowment bias dieser effekt beschreibt das phänomen dass der wert eines anlagegegenstandes höher eingeschätzt wird wenn eine emotionale verbundenheit zum verkaufsgegenstand vorhanden ist das ist natürlich regelmäßig bei immobilien der fall besonders wenn diese vorher vom verkäufer selbst bewohnt wurden dazu habe ich von einem interessanten experiment gelesen und jetzt kommen wir zu den tassen die teilnehmer dieses experiments wurden in drei gruppen eingeteilt den personenkreis der ersten gruppe wurde je eine kaffeetasse hier überreicht und sie sollten angeben zu welchem preis zwischen 0 dollar und 9 dollar 25 sie bereit wären ihre tassen zu verkaufen die zweite gruppe wurde gebeten die preise auf der skala zu kennzeichnen zu denen sie jeweils bereit wären eine taste zu kaufen und die teilnehmer einer dritten gruppe konnten sich bei jeder preisstufe entscheiden ob sie solch eine tasse kaufen oder den entsprechenden geldbetrag beim verkauf erhalten möchten also bei 1 dollar zb bei 1 dollar 20 kauf und so weiter bei sieben oder acht dollar dann entsprechend verkauf je nach individueller einschätzung das ergebnis des experiments waren große unterschiede bei der preiseinschätzung die mittlere preisforderung der verkäufer der gruppe 1 lag bei sieben dollar zwölf wohingegen die gruppe käufer der gruppe 2 nur bereit waren zwei dollar 87 im median zu bezahlen also eine wirklich große differenz bei der bewertung der kaffeetasse zwischen den verkäufern und käufern bei der dritten gruppe die die wahl zwischen verkauf und kauf hatten wurde ein medianwert von drei dollar zwölf für den kauf ermittelt diese verkäufer der dritten gruppe die den verkaufsgegenstand in dem fall die kaffeetasse vorher nicht besessen haben haben der tasse also nur gut die hälfte des wertes beigemessen drei dollar zwölf im gegensatz zu sieben dollar zwölf das heißt selbst bei diesem alltagsgegenstand zu dem in der kurzen zeit des tests keine große emotionale bindung aufgebaut werden konnte gab es diesen besitztumseffekt und genau dieses phänomen ist ja auch sehr häufig bei immobilien und auch anderen wertgegenständen zum beispiel autos etc zu beobachten verkäufer die die objekte besitzen und eventuell auch erinnerungen damit verbinden haben eine subjektiv wesentlich höhere einschätzung als die kauf interessenten oder die gutachter oder banker deshalb versuchen wir bei objekten die wir kaufen wollen auch relativ schnell herauszufinden wer denn der ansprechpartner auf der verkäuferseite ist und welches ziel mit dem verkauf verbunden wird mit verhandlungspartnern ohne emotionale bindung zum beispiel profi investoren maklern oder teilweise auch erben ist eher ein vernünftiges ergebnis zu erzielen hast du auf der verkäuferseite einen zu starken besitztungseffekt lohnt sich auf der zeitaufwand für die verhandlungen und prüfung nicht wenn du auf der verkäuferseite bist und ernsthaft etwas relativ schnell verkaufen möchtest zum beispiel weil du ein anderes investitionsprojekt hast oder dir bestimmte dinge zeitnah kaufen möchtest und nicht nur in dem fall verkaufen möchtest wenn dir jemand zufällig einen liebhaberpreis zahlt solltest du dich in die position des käufers hineinversetzen und überlegen was du als käufer unter den geltenden bedingungen zum beispiel den aktuellen zinssätzen bereit wäre es dafür zu zahlen nicht was es mal gebracht hätte oder getreu dem spruch jeden tag steht ein dummer auf man muss ihn nur finden das ist keine sinnvolle grundlage für eine preisfindung ein guter makler macht genau das im übrigen und sorgt im gespräch mit dem verkäufer für einen realistischen kaufpreis weshalb ein kauf mit makler unterm strich oft billiger sein kann als ohne maklercottage natürlich solltest du den besitztungseffekt auch im hinterkopf haben wenn du auf der käuferseite bist und dementsprechend nicht derjenige sein der morgens aufgestanden ist um einen liebhaberpreis zu zahlen bevor wir zum punkt verlust aversion kommen möchte ich dich herzlich einladen und darum werben unseren kanal hier zu abonnieren und die glocke zu aktivieren wenn du an themen zu immobilien und finanzierungen interessiert bist das kostet nichts und du hast eine wesentlich höhere wahrscheinlichkeit nichts zu verpassen was für dich wichtig ist und dir viel geld bringen bzw einsparen könnte interessant finde ich auch das als verlust aversion beschriebene phänomen dass ich immer wieder auch bei potenziellen immobilieninvestoren in gesprächen festgestellt habe die verlust aversion beschreibt die verzerrte wahrnehmung dass ein tatsächlicher oder potenzieller verlust als schwerwiegender empfunden wird als ein entsprechender gewinn der empfundene schmerz über einen verlust von 100 euro beispielsweise wiegt viel größer als die freude über einen gewinn in gleicher höhe die wissenschaft spricht von asymmetrischer wahrnehmung der beiden gefühle an der börse kann das dazu führen dass anleger eine anlage zu lange halten und die verluste vergrößern statt einen kleinen verlust zu realisieren und dann in bessere anlagen zu investieren in bezug auf immobilien habe ich in 25 jahren kundenberatung einige interessenten erlebt die aus angst vor verlusten und risiken bei immobilien überhaupt nicht investiert haben vor allem die angst vor in anführungsstrichen verschuldung war oft ausschlaggebend nicht zu kaufen wie manchmal auch die angst vor arbeitslosigkeit mietlehrstand und so weiter wobei sich nebenbei bemerkt bei immobilien nicht um schulden sondern um verbindlichkeiten handelt die aussicht auf gewinne und einen zusätzlichen inflationssicheren einkommensstrom durch mieten wurde viel weniger beachtet und berücksichtigt als die angst vor den risiken zum glück konnten wir viele interessenten im rahmen unserer beratungen dann trotzdem überzeugen die uns dafür heute dankbar sind aber manche eben auch nicht die dann vor 10 15 oder 20 jahren nicht in berlin gekauft haben und denen so ein erheblicher vermögenszuwachs verloren gegangen ist wegen der verlust aversion achte also bei dir selbst darauf die risiken realistisch einzuschätzen aber auch die chancen und möglichkeiten nicht zu vergessen und in deine überlegungen einzubeziehen wir könnten noch über einige weitere phänomene aus der verhaltensökonomie sprechen aber ich will das video hier nicht zu lang machen das ist immer mein guter vorsatz wenn du stärker ins thema einsteigen willst es gibt eine vielzahl an literatur dazu mich interessiert an dieser stelle welcher dieser nicht rationalen verhaltensweisen du schon bei dir und anderen beobachtet hast oder wenn du noch weitere kennst die für unsere investoren interessant sind dann schreib sie uns gerne hier auch in die kommentare und wenn du berater brauchst die dir helfen möglichst rationale gute entscheidungen bei immobilien zu treffen dann melde dich gern bei uns entweder per mail oder über unser kontaktformular wir als verkäufer von immobilien unterliegen jedenfalls nicht dem besitztumseffekt bei der preisfindung obwohl uns die objekte schon ein bisschen ans herz wachsen aber wir bleiben ja jahre und jahrzehnte lang mit unseren objekten verbunden weil wir diese dann für unsere mandanten betreuen im abspann habe wieder zwei videos für dich verlinkt als erstes unser video mikrolage richtig prüfen gerade wenn du aus guten gründen nicht in der umgebung deines wohnortes kaufst übrigens auch ein thema aus der verhaltensökonomie der home bias und als zweites passend zur vor uns liegenden sommerzeit unser video innen und außen pools welche genehmigungen brauchst du ich bedanke mich bei dir fürs zuschauen und zuhören wünsche dir alles gute vor allem gesundheit und wir sehen uns im nächsten video dein heiko klaischewski was sie why be Vielen Dank.